Wir haben immer noch keinen Strom und woran nicht das ist, fehlt uns eine Stromleitung. Hier sehen wir einen blauen Bereich. Hier brauchen wir keine Stromleitung, denn hier wird der Strom von Haus zu Haus weitergegeben. Wir müssen also die Strom, diesen Bereich, müssen wir also mit unserem Stromgenerator, in diesem Fall Windturbine, verbinden. Und das machen wir mit einer Überlandleitung. Die wird natürlich jetzt ein bisschen länger. Und wir werden jetzt gleich Strom haben, wenn ich denn wieder einschalte, das Spiel. So. Prima. Ja, und hier brauchen wir auch noch Strom. So, jetzt müsste alles wunderbar laufen. Jetzt schalten wir mal wieder ein. Gehen hier raus aus dem Menü. Und das Ding läuft. Jetzt gucken wir mal nach dem Strom. Strom ist da. Jawohl. Strom ist da. Und der Wasserturm funktioniert auch. Und wir haben jetzt alles. Wir haben Wasser, wir haben Strom. Wir haben aber es geht Ja. Wir haben固 3, 2, 2, 5, um. Wir haben noch einen Spielmarkt. erhaltenah��śl. Wir haben hier ein Spielmarkt. Wir haben hier starknes 선물. Wir haben noch denneigen Dafürfrieden. Wir haben, das gerade über 20 Мы grad schon, haben wirét. Wir haben ein paar tiempo. Und das habe dann alles. Wir haben noch überique ott Hast. Wir fahren. Untertitelung des ZDF, 2020